Dieses Video wird präsentiert von Tipico Sportwetten Jo moin Leute, ich bin Cedric Ellerbrecht und wir tippen jetzt den... und ich muss euch was sagen, ich bin jetzt zu Vimeo gegangen, wo das Video wahrscheinlich das hier jetzt drauf erscheint, weil in 5 Tagen wird mein YouTube Kanal gelöscht, leider von YouTube. Deswegen ist das auf Vimeo. Jetzt dieses Video. Okay, und jetzt tippen wir den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2017-2018. Jetzt geht's los. Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund 1-3 für die Dortmunder. Dann Hoffenheim Leverkusen 2-2. Freiburg Leipzig Leipzig gewinnt 1-4. Borussia Mönchengladbach siegt gegen FC Augsburg mit 3-2. Mainz 05 gewinnt gegen VfB Stuttgart 2-1. VfL Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Frankfurt. Das B-Win-Top-Spiel zwischen Hamburg und Köln. Das Abstiegsduell geht 1-1 aus. Und kommen wir zu den Sonntagspielen. FC Bayern München gewinnt klar mit 4-0 gegen Werder Bremen. und FC Schalke 04 gewinnt gegen Hannover 96 mit 2-0. So, das waren die Tipps jetzt für die Bundesliga-Spieltag 19-Saison 2017-18. Lasst gerne ein Abo da, äh, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und folgt mir einfach unter Vimeo. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschö 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 tschö. Tschö 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 tschö. Tschö tschö. Bis dann.